aufweil mr biene muss man noch mal für bus drücken Ich bin nicht beim Wien, ich bin beim Mario Kart. Was ist denn das hier? Warte, trotzdem, warte. Aber gerade mal mit ihm ist das sowieso... Geh mal weg, Peter. Komm, Peter, ja, Peter hat's alles perfekt geschafft. Nico, wie weich bist denn du? Oh, nee. Sandwich, Sandwich, nein. Ihr Peter, schick's dir mal zu. Er macht ja, wir sind doch hier leer. Oh, nee, Peter. Das geht hier gar nicht? Jo, weg, mein Bild. Ja, genau. Warte mal weiter. Was für Team? Oh, keine Gefahr. Genau, pink und lila Gefahr. Coole Gefahr. Also, ich bin die Maps auch nie gefahren, außer hier. Geister, glaub ich. Nö ich auch nicht. Mein Gott bin ich langsam. Über alle. Ja, irgendwie, Gott gesagt, drei Runden, ne? Also, so vielen drei Checkpoints. Hässt dir doch noch Spaß aus. Stopper. Aber ob ich da dem Ausrufezeichen vorbeikomme? Oh, hab's geschafft. Ich hab's fast nicht geschafft. Oh! Okay, nicht den Körperniff. Oh, Fehler! 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 Hey! Ah, guck mal. Ey, das ist ein Pool. Schwungbrette. Geh mal ins Pool. Okay. Hör mal, hier versucht einen hinten rein zu haben. Ich hab's auch schon kennengelernt. Ähm. Das war tatsächlich noch nicht mal mit Absicht. Na, es war halt nur. Also, wenn man... Na, was macht die Zweifel? Matthew! Hier mal nachher wiederholen. Okay, scharf rennst du da auf? Ja. Ja, man kann ja aber gar innen Kurve fahren. Er musste sich zurücksetzen. Sorry, das war tatsächlich nicht mit Absicht. Halt's den Maul. Hahaha. Olalalala. Es wird jetzt schon warm. Wir sind erst in der ersten Runde. Ich kann nicht, dass ich mal so schwitzen kann. Vor allem bei dem Highspeed hier. Hahaha. Na, schlaf gleich ein. Weißt du, so langsam fährt man. Hab ich das Gefühl. 90 Meilen pro Stunde. Also, weil das Pucci-Job ist der wagen deutlich schneller. Bam. Da ist er auch getunt, glaub ich. Ja, die sind ja allgemein alle ein bisschen angepasst, ne? Soll, Nick, warum bist du so langsam? Ich hab die Kugel gerammt. Was noch? Wo bleibst du denn? Hier ist halt auch keine Rampe oder so, die jetzt spannend ist. Oh, erstmal aufs Brechen. Raffe-Links-Kurve? Uah. Ich bin eh zu langsam dafür. Ich hab mich schon daran erinnern, hier mit den, ähm, Maske-Cars, wo ich die Kurve so scharf mitgenommen habe und, Nick, was ich schon daran erinnern kann. Ja, da bist du doch nicht irgendwie hängen geblieben an der Kante? Ja, ich nicht. Da bin ich zu eng gefahren, auf einmal klatscht, sind wir beide doch da. Ja. Machen wir da nicht sogar auch erster und zweiter und machen das hängen verloren. Okay, ja. Bist du aufholen hier überhaupt an? Ja, definitiv. Das wird so kacke. Wie wird so was? Ja, selbst mit Boost bisher, voll arme Arschig. Oh, nee, lieber nicht drehen. Ja, man muss bedenken, denn normalerweise ist die Möpfigur für 16 Leute, wenn ich sogar mehr ausgelegt habe. Ja. Und für andere, auch mit den gleichen Autos aber? Ja. Ah, okay. Deswegen sind auch die Röhren alle so groß, um die Pläne zu stehen. Das Gute ist, wenn der, bei der Map spielt man, äh, wo Dreck auf dem Bildschirm ist. Habe ich mir auch gerade gedacht, oben links bei mir. Bei mir unten ein bisschen. Überall. Überall? Ganz im Bildschirm voll. Was für ein Bildschirm? Ob, was? Das könnte jetzt lustig werden. Verarschen, Peter. Fuck you. Oh, nein. Äh, festkam ein Controller? Nein. Oh, fuck. Das tut weh, aber oben. Wissen, wird man hier eigentlich langsamer gemacht, Alter, als ob man so weit fliehen würde. Und jetzt gleich Sprung nochmal neu machen. Ja, keine Ahnung. Guck mal, roter Teppich. Ui. Das ist doch Bullshit. Ich bin hier auch gerade sowas von lang, ey, das ist... Ich bin jetzt sowas von lang, ey. Mal eben in der Luft auf Controller wechseln, so. Wie mache ich denn auf dem Controller das... Oh nein. Hallo, Johnson. Wenn auch immer ich jetzt treffe. Im Controller dreht man sich mit dem linken Stick und mit was noch? Äh, RB. Ach, sorry, RB. Jetzt halte ich glaube ich nach links und rechts, äh... Und LB? War das auch LB? Mit LB kannst du so eine Rolle machen und mit RB halt so eine Drehung. Probiere ich mal. Ich bin da jetzt schön weit hin. Ich bin da so flank. Halt mich da aus, wenn auch Schrocken... Erfurt bitte, erhalte es mich da raus. Wegen Männen rauswerfen. So, Peder! hätte alle mal kurz eine minute stehen wird das gleiche ich will den witz hat da im gewenkt aber wir zu stellen es ist alles fit ja bin mal wieder da ja nicht jetzt immerhin die letzte ich habe dafür gesagt dass du nicht das ist ja und das ist doch nicht nicht raus nein das war nur die zurückgabe jetzt also erst hier verdammt lahm hat die keine sorgen als vierter auch als hüfter übrigens aber das mit lammekrücke ich muss wieder wie viel habe ich vorhin auch gemacht ich bin immer ein bisschen von ganz gegangen ja und hat auch Windschatten hi da ist der Froschfluss schon wieder da ist der Froschfluss ja voll aus hallo hat das dreck hat auch interessant alter ja ja oh tsch 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 u tsch tu bei mir hast du nicht gerade vorgedreht danke ich bin so schnell in der röhre ich hüpfe sogar ich merke jetzt erst dass es eine burg sein soll ja deswegen auch mit dem roten teppich ja schon klar der looping es gehört natürlich auch in jede burg aber wenn ich pech habe traf ich matte der vierte sprung nicht geschafft fast nicht gleich mal eine auswahl aktualisieren macht immer noch anrufen stand oder sowas die stelle hier mit dem krieg ist wieder verpackt ich bin nicht letzter das ganze scheiße ich bin ich jetzt lieber mal ein bisschen wer ist denn dritter ich wirklich noch also ich kann auch dazu zu steuern wie du willst aber er ist eigentlich mein teammate sein quatsch so ist das also so schlecht wie der fährt könnte sein ich muss sogar in der kurve hier vom gas runter gehen ja ich auch als erster muss oder nicht da kannst du durchdrücken bleibt fast stehen das ist ja keine ahnung wie der jetzt drauf kommt dann würdest du noch dritter das ist gut verkackt möchte ich habe mich schon die krankheit ja 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 jetzt hast du verkackt ich habe mich auch mitgekriegt als ich mich versprochen wir machen das einfach so ja und jetzt beide Matthew raus dann sind wir 1,2,3 was haltet ihr davon und wir sind scheiße und wir sind zweiter scheiße ja johnson ist dafür steht er nicht mit dir dort sind da mehr ein team kommentiert gesagt die man schmiede er sagt da habe ich jetzt die richtung ja ich weiß hat man das nicht schon von tag ich schon das weg schon der bildschirm ist so weiß war das einfach deutlich schnell als ich nicht auch ich habe ich einen sprung hallo jetzt habe ich geschafft gerade so nein hallo peter wir sind ja schon viel ne ja toll oh ich fliege ich kann nicht oh gott ich bleib bleib peter zweiter verdient ja wo bist du denn ja ich habe doch den einsprung war nach dem lupe nicht geschafft keine ahnung warum auf weh gibt man gas ne die rp noch haben oh man kann nicht mehr ran an den kegel volle wucht auf den kegel zu fahren ja das hatte ich gerade vor dafür dass es 11 Minuten war aber wenig Kohle vor der rp eher gesagt 117 ich habe mit so einem Tänzchen ja man schon mal für tanzen ne ja das sieht doch so ein bisschen aus wie so ein alter sack ich mir über die 63 die 69 ach du scheiße ich geh auch gerade dahin die kurve ja ich habe 88 wrz 281 jetzt nur mein schild das löpft in der stadt verkackt hier könnte man immer sofort mit wer kann man auch immer sofort jeder auch jetzt und nick mittlerweile mit ja 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 ich habe mich ja fasziniert dreck ich habe so ein pixel von diesen problem jetzt wirst du einfach an hilft mir und fliegt aber von der bahn macht den jetzt auch wieder mit ja das ist nicht schlecht haut euch mal irgendwie raus wer ist ein jäger leader ja 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 das bedeutet krieg das ist ein skandal oh gott zurück allerweise ich habe mich jetzt mal rausgehauen eben der zweite kurve also in der ersten kurve hat man alles klar alles ging ja 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 du machst einen auf j aber bei uns tut es aber gerade knapp ist nur an mir ich bin auch auf den schritten ja warte 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 ich habe eine Idee er hat das in der rechtshandel opel das gibt es nicht ja vielleicht ein bisschen schütze ich hier an der hand das könnte ich noch mal machen aber musst du entscheiden ja drei runden ist noch als zwei runden ist alles ohne fehler leckte ich durch zurück aber auch haben fehler gemacht da wollte ich mich drehen also ich ein bisschen schneller bin und dann ja hängen geblieben dann unfall und weil unfall einer von zwölf das war dumm da kommt alles an nach nico johnson gegen die habe ich nichts noch nicht ich habe auch kurz überlegt oh da ist noch einer ich habe nichts getan du hast mich voll geschnitten ich musste die kurve fahren du hast die kurve zu eng gefahren mein freund hab ich mich gesehen ich habe einfach nur die kurve gefahren kurve gefahren ist einfach geradeaus weiterfahren können ich bin einfach nur durch die kurve gefahren du hast nach links gelingt das hat man sogar bei mir im stream gesehen ja um die kurve zu fahren ja du brauchst die kurve nicht fahren kannst geradeaus fahren ja wollte ich aber nicht weil da die dinger waren ja dann bist du es selber schuld du hast mich rausgehauen dafür kicke ich dich jetzt weg ja ich versuch's das ist gut ja warum nicht das ist gut wie ich hab's nicht dachte voll auf die drauf verbunden jetzt wird doch immer hochlaufen ich glaube ich bin schon übergefahren dass wir das können problem ich wollte die map ich konnte aber überhaupt nicht lenken war da was wieso problem ich habe hier bremst ne da war nix oh ich hab doch hochgebreitet das ist super schön ui 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 gut wie am anfang kann mich dann noch am anfang an was erinnern war dann hecke zu breit das waren am anfang ich rausgehauen hast jetzt hat dieser abklinge ich doch nicht so ärgert doch das ist dagegen ja du wärst aber trotzdem raus geflogen doch aber auch die feinde wenn wir für dich ein feind hat dann ist er nicht glücklich ok ich würde dich nie raushauen nein also ich habe einen grund dafür oder mir ist gerade da was tust du da hat er gerade auch gemacht das habe ich verstanden das verstehe ich nicht versuchten gute aussage warum bist du so lange sagen ich mache die stelle hier nicht vor allem mit windschatten da gibt mir kein windschatten da geben wir keinen wünsch an dann fahre ich hinter mir und jetzt ist die vermeiden auf der seite jetzt kann es mir wird schon geht ich bin wieder bei euch vor hier oben aber war ein faires rennen bei uns vor das klappt gewesen gutes ergebnis fehler fuck you west coast oh man west coast ganz oft wieder die west coast karte gespielt das schläft das schläft das ist ja genau die ach so hier stimmt das ist ja die reise das ist Berlin blöck das ist ja doch du das ist ja du diese das ist ja du